alles wird sie klage gewonnen gegen kasse ja aber wahrscheinlich muss ich gleich weiter klagen hört nicht auf und da geht es halt um einen sonntag von der kinder wegen der im internet ist gerade gesagt dass man doch gesagt haben wir sind dafür nicht zuständig ja da habe ich mich beschwert und beschwerten gesagt ich zahle die rechnung nicht ich habe schriftlich vereinbart dass es gemacht und darum schicken sie erst noch mal den techniker der morgen kommt es gibt ja auch ein dienstzeitung dezember 2021 wo du wenn die erbrachte dienstleistung nicht erbracht ist kannst du entweder mindern oder die zahlung verweigern deswegen haben wir das jetzt ja extra verändert wegen diesen billigtelefonanbietern geht dann immer irgendwie ja ich höre es ja und ich bin live wer funktioniert wird da wir machen den wird gemacht ja jetzt haben wir keine pompe dabei gut dass es sagst ich werde schon reingerannt ja gut ich habe fennig vielleicht hinten gesammelt rein da hat jemand das fenster hier aufgemacht kommt mal deinen fängen weg bitte der hat ne pompe habt ihr einen einer geht hinten zum boot raus ach der hat auch ne pompe ihr müsst schon spielen ne 50 hp der muss spielen abtaten ist alle drei die pompe oder ja ja den einen habe ich ja mit der spark so getroffen er ist ja nicht umgefallen und der andere hat dann auch 50 hp ist nach meinem treffer gut gegen 200 habe gegen 200 der mensch hat nichts wenn wir den boss nicht einfach mal direkt am anfang finden immer dieser scheiß andere beten denn immer so vorhanden ich muss neu eingeladen werden habe ich schon lange doch gar nicht ja bloß nie an nochmal geht es nicht ne der ging nicht ich habe angeklickt ging aber nicht mal noch mal bitte ich war noch ich war noch in der lobby abgetaub abgetaub so was man jetzt jeder schloss oder die warten noch mal lang dann noch mal und wenn lange nicht klappt damit auch mal lang okay hat er gehört auch gut funktioniert handaus zum funktionieren muss sagen aus nicht richtig bloß wenn ich alle trades entfernt kriege ich habe bloß vier trade punkte für 200 dollar alle herzlichen dank auch keiner mit fanning nichts der jetzt geht da voll lang oder was mit hier ich nehme den sparks mit ich dann pio pio mit pio pio ja mein sechster online meine güte wie sie wie mir ich habe meinen vierten und ich verliere glaube ich wenn es so weiter geht meinen dritten auch noch wer schuld goldie geht rein stippt geht um die agent stippt sofort instant ist er noch da was los sagt gar nichts dazu weil er sagt er hat recht nini nini Der Boss ist hier. Let's go! Was? Aha. Was hätte ich denn bis hier? Wo läuft der denn hin, ey? Guck, ob längst was gespawnt ist. Was ist hier? Ja, ich komm hier schon. Mein Gott. Ja, hopp, 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 hopp. Der macht einen Stress, ja? Ey, wir sind jetzt nicht mal auf Arbeit. Musst dich mal ein bisschen beeilen jetzt. Was? Ist heute ein Motivationsleck angemacht, oder was? Ja, so ungefähr. Mhm. Warum ist der Boss da noch nicht taun? Ja, ich hab da schon drauf umgeprügelt. Ja, nix. Ich hab halt schlechtes Werkzeug bekommen. Nee, vom Schiff. Ja. 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 Was ist denn der Bastardo vor mir? Ja. 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 noch weiß er liegt spannend durch ich war jetzt bis zum schluss warte 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 jetzt danke jetzt sollten wir die konzerkrebs noch umbasteln da würde ich eine bombe hin machen ist da ich habe auch noch eine hier ist noch mal eine lootbox hier ist noch eine falle wie würde ich damit reinstellen alles durch haben oder alles abgesichert wenn überhaupt einer kommt weil das ist da kommt was da kommt was manchmal könnte auch zombies sein im wasser das ist 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 und wir werden pushen wollen denke ich aufpassen oben die sind oben und da kommt da unten ist einer ich brauche mir ein Rolltor einer, die Fenster haben sie auch aufgemacht 21 Meter Slug ich bin tot dann nehmen wir nochmal hier oben links ist einer hier oben links ist einer ja einer ist unten drin die Bombenpflanze ach fick dich doch ins Knie er trifft doch direkt oder was die Bombenpflanze ich bin blind ja die treffen ja wieder jeden Fick hier durch die Wand pfff hey Leute ohne Scheiß das könnt ihr mir doch nicht erzählen dass das jetzt legit war oder? nein dieser Doktor King Schultz hat schon mal gegen uns gezockt und genau auf die Seite ja Lodge Bonbon und Doktor King Schultz kenne ich ja aber das ist nie im Leben ein Legend ohne Scheiß die wissen immer wo du stehst die schießt nicht einmal daneben das gibt es nicht das ist einfach lächerlich und die Slug hat eine effektive Reichweite von 20 Metern würde ich sagen mhm dann melde ihn Koldy ne 25 Meter Romero Slug ja aber du bist ach die Romero ja ok ich wollte es nur nochmal gucken aber trotzdem auf die Entfernung hätte ich nie eingetötet ganz kurz Tür durch Stacheldraht durch den Holzkasten trifft er mich halt in der Kante ja der letzte doch genauso der war doch gar nicht mehr in der Sicht dann hatte ich da durch die Wand gemacht mich haben sie auch die ganze durch die Wand gemacht schallig machen wir jetzt naja Pumpe haben wir gesagt ne wenn es nicht geht ja also auf ok Das war's für heute. und was ist an pumpe oder ja okay jetzt kommen wir zum fernkampf so bestimmt wie immer halt diesen gotts gehen zu 2200 und 1000 habe ich noch immer besser nur mal mit wirklich Vielen Dank. Vielen Dank. Uhu Luna, wie geht's der? Du bist doch wieder im Stream, oder was? Hab ich doch vorhin gesagt. Echt? Mir nicht. Doch. Du hast mir nicht klein. Du hast gesagt, du hast ausgemacht wegen deinem übelst stabilen Internet. Ja, und dann hab ich gesagt, als ich die Runde re-gejoint bin, wo das Internet weg war, du hast versucht immer wieder den Stream zu starten. Und kurz draufhören, hab ich gesagt, okay, ich bin wieder live. Weiß er nicht, wie haben wir das erzählt, was? Mir geht's so weit gut, danke Luna. Viel Stress die letzte Zeit. Unhektik, aber danke danach. Da schäm' ich mich voll. BZG. B&A? Vielen Dank dem Spender der Mücken. Ja, Goldi. Nein, du. Nee, du hast sie mitgebracht. Mitgebracht, Tür aufgemacht. Ich war ein Meter hinter dir. Schon hatte ich die Dinger in der Fresse. Jetzt streamt er, ne? Und dann erzählt er wieder irgendwelche Geschichten hier. Aber Luna, da war ein Kurzurlaub dazwischen. Ich glaub zwei Tage Internetprobleme. Ein, zwei Tage muss man nicht durchgehen. Dann erzählt Luna ruhig die Wahrheit erzählen. Jetzt geht's wieder los mit dem Stream. Die erzählen immer die Wahrheit. Ich war eigentlich schon gewusst, dass Luna Mitte des Jahres aus der Schweiz in die Energie gezogen ist. Schlangenbeutel geplündert. Hier hängen noch ein Abtreibprinz. Vielen Dank, Luna. Für die 100 Bittis, Dankeschön. Echt? Luna ist in meine Nähe gezogen? Nein, du wirst es nicht. Hat ja lange, hat ja lange gehalten. Nein, mit dem Scheiß. Gepickt. Gepickt, die Schlangen waren genommen. Gehen nach oben, nach Streetville. Die Frage, ne? Der zweite Crew, wenn die hier gestartet sind, könnten die auch nach Zinke gehen? Dann hoffe ich ja, dass es ein guter Neustart für dich wird, Luna. Wohin, wenn man fragen darf? Von welcher Richter? NRW. Direkt NRW, Norden, Süden, Hauptstadt. NRW. NRW hat eine Hauptstadt? Ja, jedes Bundesland hat eine Hauptstadt. Echt? Ja, Baden-Württemberg, Stuttgart, Bayern München. Berlin, Berlin. Fußballfeuer in Bayern München. Im Bundesland Bayern ist Münchens Hauptstadt. Land ist Hauptstadt. Ne, Herr Düsseldorf. Ne, Herr Düsseldorf. Hier sind welche. Wo? Ja, hier. Ja, ich höre sie. Shit. Obendren. Ja, ja. Was sonst deutlich kann? Fick die I.N.E. echt. Er kommt mir hinterher. Er muss mich schnell ein. Er kommt oben. Oben einer und einer am großen Fenster. Da kommt die nächste Mannschaft. Ja, wir erzählen mich. Tschüss. Ja. Ich bin tot. Er ist tot. Er ist da dran. Tut kein. Ich muss mich heilen. Er hat mich auch getroffen. Achtung, da kommt was. Er ist tot. Ja, natürlich kannst du mich sagen. Ja, ich bin ne Sparks. Er hat ne Sniper, ne? Ja, ich bin instant tot. Ne, die schießt vorbei. Ich glaube. Oh, lächer, lächer. Ich habe keinen da hinten drauf. Venus. Hinter uns, hinter uns. Venus. Ja, schön. Jetzt noch mal zwei Sekunden warten. Loot den Marschner für Medipack. Verliegte es nicht. Ja, ich habe was flackt. Wir haben hier zwei Packen. Hast du schon gelootet irgendwas? Ja. Den hinteren habe ich gelootet. Den vorderen könnt ihr auch entzünden, wenn ihr wirst. Ja, aber nicht von hier. Lass uns runtergehen erst. Naja, Attacke. Du weißt schon, dass der eine Sniper hat, ne? Aber der ist allein im Bossbuilding anscheinend. Oben. Hinter mir. Das glaube ich nicht mehr. Richtung Wasser. Hach die Tür zu. Wir haben sie die Tür auch. Er ist doch schon oben, glaube ich, oder? Ich renne alle bei Tadel gerade rum. Flasch. Mhm. Flasch. Aufpassen. Unten ist die Tür auch noch auf. Und die aufpassen, ne? Nein. Meine, fress den. Mach doch zu, mach doch zu. Mach doch zu, mach doch zu. Mach doch zu. Keinen habe ich erwählt. Links von dir. Boah, krass'n Stähler. Das bin ich gewesen. Auf dem steht die da. Was? Ja, ich weiß aber nicht, wo er ist. Unter dir, Colty. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Geh weg, geh weg! ich wollte jetzt einen merken dabei haben einer ist davon down, brennt auch schon genau auf 15 ich hab noch mal einen, ich bin jetzt draußen der geht jetzt hier rein, der böse mann los, pushen, 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 pushen ich muss mich erst heilen lebt den jetzt auf, aufpassen bleibt oben vermengt ist hinten wieder raus liegt noch, liegt noch da hinten weggelaufen ja, der ist da draußen über mir auf den vorsprung über der holztür ja ja Am Arsch, Junge. 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 Am Arsch. Am Arsch, Junge. 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 Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich dachte, er kommt zu mir gelaufen. Ich glaube, er nimmt das relativ nah. Oh, okay. Das war's für heute. Da ist noch schreien. Oh, was ist denn? Was ist Reiß? Dann rein. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich hab's noch einer. Kann ich oben hinpacken? Hinten die Leiter vielleicht? Welche Leiter? Die hier draußen. Das war's. Das war's. Das war's. Hast du hierchs? Ich habe hier keinen Ausgang, ja. Gut, man kann mich auch nicht hören jetzt. Warum machen wir die nicht hier draußen hin? alles schon was sie kommt im norden offen ich hab auch eigentlich mich schon tot gesehen oh mein gott jetzt ein zweites fenster hier im norden ab jetzt ein zweites fenster hier im norden ab kommt rein ist drin hier habe ich nicht getroffen wo ist er denn bitte reingekommen es war doch überall wenn wir was zum anzünden ich geh 100 zent ihn an jeder einen hit beide nördlich in den weißen haus hier ist eine kasse habe ich schon genommen habe ich gesagt vorhin den ausgericht von da alles der licht auf der anderen seite im keller sechs stück zwischen fünf stück zwischen norden und osten hinter unseren zwei sind noch mal drei verteilt zwei verteilt das kann auch im ersten team sein der war system grad gestorben ist wenn du eins zu drei stellen noch einer weniger der lichter hinten ich wollte im norden schießt jetzt aber auch einer ne und hier hinten im wald ist einer ja haben die beide levering gehabt und haben sich jetzt duelliert oder was ja noch einer tot und gemessen dann oder gesilenced oder gesilenced oder gesilenced ja zwei stück hinten 30 60 mehr nicht ja ok jetzt nachmerke weiter rüber ach scheiße das raum und drei 90 60 30 meine fresse ich war schon wieder raus und vor allen dingen man zieht dich weil du hast die bounty nicht wieder zurückkommen kommt er doch nicht mehr rein er kommt doch gar nicht mehr rein ja und sie könnten die 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 trappe machen hier kala die ist ausgelöst nein hier dann machen wir sie halt weg schaffst du es hier durch das fenster rein max war kurz weg bei mir ja das fenster wird grad nicht abgelehnt oder vielleicht doch danke haben wir heilung hier drin gehabt unten im keller auf dem fass nein du bist dran vorbeigelaufen ach voll geht ne 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 Vielen Dank. Ich glaube, dass sie noch lange Waffen haben. Nein, der muss Levering haben. Ja, schon, aber trotzdem eine lange Waffe. Okay. Der amt das Fenster ab. Ist ja direkt im Norden. Könnt ihr mir vorstellen, dass der im Sniper-Turm sitzt? Einer ist ganz hinten auf 60, 75. Einer ist nämlich hier vorne und einer ist noch so... Jetzt geht er hoch. Müsste auf dem Dach oben sein. Ich habe jetzt keinen gesehen dort. Ich habe eine Leiter gehört, der hat auf jeden Fall irgendwas. Das sind eine Leiter, die stehen da hinten. Und da ist es die Leiter. Und da ist es sehr schön. Ich habe das Leiter, der hat auf jeden Fall gehört. Ich habe das Leiter. Ich habe das Leiter hier. Ich habe das Leiter hier. Es ist ja runtergesprungen. 4560 irgendwo. Was ist das für eine Explosion da hinten? Einen Dicken gemacht. Das war ja schon fast echt, oder? Ich habe es zweimal gemacht. Echt? 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 einer läuft nach nordosten ist wieder im weißen haus oben da hinter eine weißen haus einer 315 boden ehebänen und einmal einer 240 boden nahe aber der eine steht hier direkt an dieser hauskante und der andere in dem haus da drüben da drüben gesetzt der 240 er sagt mal einer da die nonne hat eine winfield mit hochgeschwindigkeit aber noch eine lampe irgendwo hat jemand zufällig eine konzerne nein ich habe keine konstantina mehr noch eine hit auf dem holz oben einer versucht hinten reinzukommen den habe ich ich kann wieder rein machen wir das wacheldrad kaputt dann ist dahinten drin wo hast du denn die lampe ich habe eine normale sein eigener fahrgast ich habe eine seite mehr Haben wir noch irgendwo eine Lampe? Ne, oder? Ne, so hat er dann ausgemacht, oder was? Der ist hier nicht mehr am Brennen. Achso. Warte ich schon nochmal. Ich höre auf fest, wie es den Armor macht. Ja, ja. Der ist schon fertig geburned. Zwischen den zwei Häusern die Treppe hoch. Ja, das ist Golding. Lootet erst in einen drin. Und guck. Geht nicht mehr, der ist aufgebrannt. Achso. Lootest du erst und guckst? Achso. 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 Wir sind nicht da voran. Achso. Er hat ihn zu spät gelöscht. Aber den, den hat sich angezündet. Ich bin immer so frei. Ich dachte der andere auch nicht. Aber hier hätte gammelt jetzt noch was. Wieso? Wie viel hast du denn noch? Eine Sekunde ab jetzt noch. Ne, wie viel Leben? Äh, 100. Habt ihr goldene Schlangen dabei? Nein. Äh, ja. Scheiße. Naja, der ist noch da hier. Wie viel hast du denn? Acht. Na ja. Oh. Oh. Hier liegt noch einer. Oh, es geht dann. Ich glaube, die haben ja alle angezündet. Ne. Oh. Du bist aus Versehen aus dem Fenster gefallen, ne Goldi? Ne, da bin ich raus. Ich hab gesagt, ne, ich geh raus. Ja, du warst aber als einziger oben und unten war alles zu, ne? Ja, ich bin aus dem Fenster gehebt. Ja, wir kamen noch nicht hinterher. Ich hatte hier die große Säule als Deckung zum ersten Mal zwischenheilen. Ja. Ja, beim anderen bin ich auch vom Balkon runterkippt kurz. Ja, aber ich meine nur, ne? Weil wir spielen drei gegen einen, da muss man nicht eins gegen eins machen. Jetzt hast du auch Augen. Ja, gleich schick, aber gut. Ich guck jetzt einmal. Ja. 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 Was ist das? gleich ist hier schon einer rausgegangen, der liegt so in der möglichkeit ja so ganz verstanden habe ich ihre mission gerade aber auch nicht einfach rausgegangen ist aber bestimmt ein random team glaube ich ja der zweite mate hatte die fackel nicht angezündet also den wollt content wahrscheinlich ja noch eben oder er war auch schon komplett durch jetzt dann ja 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 jetzt kannst du mich nochmal einladen? ja ja bitte bitte wirst du nicht vergessen weißt du wo davon schreibt wenn das problem nach einer woche noch da ist soll ich mich nochmal melden ob ich eine woche warten könnte hast du gesagt nicht vergessen spritzen und kanaten eventuell ich finde da was von auftoppt ich finde da was von auftoppt und 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 Vielen Dank. 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 Ja, der Lahn hat das eh weggepackt. Hat da draußen weh gemacht. Ja. Hat der Lahn... Ja, der Lahn... Ja, der Lahn hat das... Das ist auch die... Ja, der Lahn... 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 Ja... Ja... eine hier vorne bei mir hat es hat sich geheilt wir haben Pumpe, Achtung mit was? Pumpe, der Promero war das Blue Shirt ist hier unten ist jetzt hier drin sag mal, wieso sterben die nicht? pack mich was leichteres das, der rennt auf mich zu und kriegt Hits, Hits, Hits und er stirbt nicht er hat gerade mal 50 HP verloren das glaubst du doch jetzt selber nicht alter Vater, du hast ge- nee doch nur Platzpatronen mitgenommen oh ne Witz, das geht gar nicht lang oder pump gute Frage oh, wieder lang ja, aber ich mein, es ist eigentlich egal was wir spielen, weil wir ändern unseren Spielstil sowieso nicht wir gehen mit Pumpe, rennen wir gegen Langwaffe mit Langwaffe rennen wir gegen Pumpe ja, jetzt hatten wir ja, jetzt hatten wir Pumpe, bloß sie sind nicht gestorben und waren nahe Kommen ja warte, wenn wir jetzt mit Langwaffe wieder in den Compound reinhüpfen wo Pumpe sitzt, macht auch keinen Sinn ich bin mal wieder Pumpe 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 gleich wieder da ja sorry der bei mir plötzlich fertig war, da wollen wir noch beim Ausrüsten mal oder hatte ich ja rein, die geht rein, keine Ahnung oder hatte ich ja rein, die geht rein, keine Ahnung mal schwarzen schwarzen mal schwarzen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es ist gut. da drin und jetzt nicht mehr da kommt es hoch und starten ich versuche um die halbzimmer ja ich sterbe so ist es alles so voll mit dem scheiß hier ist er an der gift der mythical dente das brauche ich nochmal hier das kam wo geht er denn hin hier ist er an die gift habe ich schon nein der wird von mir äh bradley oder ja 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 noch mehr noch mal ein armer herumlaufen damit die halbakt haben wir uns wir können uns doch nicht einmal anstrengen aber das ist der man fragt man wie das andere machen kann wir haben dann meistens noch eine wurfachs dabei nein die laufen einfach mal ein bisschen großzügiger drum rum ist eh viel zu ruhig sein und dann ist es der ganze referter ist es weiter hier crains einem muss man gepinkt kann nur was von oben kommen wetscht von uns das widme komm mal wir haben da einen und dann gibt es einen doch jetzt die zehnte als wenn wir wenn wir silent irgendwo auf den kopf wollen dann müssen wir goldiefeuer schießen das pferd war ich zum beispiel nicht warte mal dann heile ich mich erst ich heile mich erst jo attacke keiner kommt jetzt daher ich habe wieder mitnehmen auf dem feld das connect gehabt ja habe ich vorhin schon mehrmals erwähnt dass das super geklappt hat wenn wir da raus er ist raus die spieler sind raus aus dem bus gebäude können wir doch ein oder theoretisch aber wo oben die hier ob die fallen da sind sind auf dem dach sind auf dem dach kommen wir jetzt schon hier sind hinten drin was hat was ist da noch wenn ich es uns da sind noch ganz viele fallen die sie hier hergestellt hatten ich kann da noch die bombe hinschmeißen wenn du möchtest machst du nicht oben an die stalltür habe ich schon das ist aufgemacht worden oben ist einer wieder zu geht jetzt nach oben bin ich da hinten jetzt hier außen hier außen hier hat noch jemand eine constant bomb ja nein dann schmeiß die da rein hier 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 ist einer tot einer schmaler ist fast einer ist tot nach fick dich hebst du auf ne kommt noch einer zu lange abgekommen warum heute ich nicht erster oder zweiter zweimal der redneck ist das zweite mal tot hier oben ist einer bau und die aufheben eine ist vorne bei gold und einer dritte oben das hier gold of stuff und das hier vorne hier vorne der ist direkt rechts am weg der ist direkt rechts am weg da ist er kommt er hier vor hit müssen beide da vorne sein einer ist wieder hier 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 er hier 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 Da steht einer Tür leicht rechts. Ja, Goldi ist aus. Ich treffe ihn nicht. Ich komme mit dem anderen, Goldi. Halt hier zwei oder einer? Ja, beide sind hier. Er hält die Slug wieder aus. Wir können da rein, ne? Pass auf. Hast du das da? Dann hole ich ihn neben. Eine des Rechtssatz ein bisschen. Danke. Jo. Soll ich wieder back den Business? Immer noch einer da oben. Gibt's nicht, ne? Da ist die Bitch da hinten einfach nicht. Ja! Ey, wie schnell kannst du denn deine scheiß Waffe wechseln, Mann? Ähm. Fuck, fuck, fuck. Da ist Ziel, geradeaus ist Ziel! Nicht, nicht! Warte, dann geht's schneller. Warte, dann geht's schneller. Sind jetzt beide unten rechts. Ja, die Hebelände sind gleich auf da hinten. Ja, die Hebelände sind gleich auf da hinten. Ah, ja. Komm, oben rein! Den habe ich. Ich glaube, schnell zählen kann er. Draußen. Habe ihn. Ich loote den hier. Ich loote den hier. Hat jemand einen Geier? Nein, neuer Hunter. Und? Ich loote den noch hier. Hat er keine Waffen hier? Doch, die liegen hier. Ah, ja. Das hatte der Spacko-Marke. Dankeschön bei dir, Bella. Äh, Hochgeschwindesketten, Moni, Winni und Autism. Ja. Ja. Und gehen wir hin? Ja, müssen wir ja. Wart ihr mal noch Schlangen abzugeben? Ich hab keine. Ich hab keine. Ich hab keine. Wer hab ich? Hier ist ein Schrein. Nein. Nein. Ja, warte, er muss ja noch die Schlangen abgeben. Ja. Oh geil, jetzt verliere ich meine zwei Sichtpunkte dadurch. Naja. Also das sind mal... Einer ist F, das andere ist E. Gut, bei mir ist es tatsächlich C und F. C und F? Was machst du auf C? Darkseid. Noch ne komische Taste, oder? Ich bin Linkshänder, deswegen spiel ich andersrum. Warum ist das noch ne komische Taste? Ich hab auf Q und E meine Waffen liegen. Ich hab auf C wollten. Ne, das ist Leertaste. Trinksam frei. Leertaste ist Schöpfchen. Ja, beide. Ich hab's getrankt. Ja. Das hat man mal bis nachts. Das soll man machen, aber... Wie ist es so oft passiert? Du willst bloß hoch hüpfen und er hüpft drüber. Ah, die haben noch Dynamit. Ego ist. Auf der anderen Seite ist noch einer. Ich könnte noch mit. Da war in die Kasse. War? Was war? Die haben sie leer gemacht. Ich denke, dass die von oben runter fliegt. Das ist die Straße der flammenden Laternen. Das ist die Straße der flammenden Laternen. Ich dachte, Goldie läuft auch ein bisschen links davon. Dann hättest du ausgesehen wie im schlechten Michael Baiten. Haben wir einen Repeater? Mhm. Keine Sache. Ja. Denkst du am Freien. Besser ist das. Ich hab noch zwei Schuss. Dann wär das jetzt doof, wenn es da noch drei am Ausgang warten. Ja, aber jetzt doch noch ne... War ja schlank. Diehmomnd ... ... ... ... ... ... ... Ich habe ihn. 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 Ich bin. Ich habe ihn. Ich habe. Ich habe ihn. 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 Ich habe. Ich habe. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ich. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ich. Ich habe ich. Ich habe. Ich habe. Ich habe ich. 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 Ich habe. Ich habe ich. Ich habe ich. Ich habe. 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 Ich habe ich. Ich habe. 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 Ich habe.